Was macht dich zu dem YouTube-Star der nächsten 50 Jahre? Weiß oder rosa? Rosa. Kaffee oder Cola? Cola. Je mehr Hater desto? Mehr Ansehen. Was wäre YouTube ohne Klickzahlen? Kreativ. Womit hältst du deine Stimme geschmeidig? Salbei Tee. Bist du berühmt? Nee. Ja. Halb. Was macht dich zu dem YouTube-Star der nächsten 50 Jahre? Dass ich alles alleine mache. Was machst du, wenn diese 50 Jahre vorbei sind? Auf der Couch sitzen und eine Gitarre in der Hand haben. Weil du alles alleine machst, geht das oft schief? Nee. Geht nie schief? Nee. Wie viele Outtakes pro Tag produzierst du? Ich kann nur die Abmoderation meistens nicht. Wenn man am Ende sagen muss, hi, abonniert und so, da brauche ich zehn Stück mindestens. Aber sonst? Wie viel Zeit und Brain hast du in deinen erfolgreichsten Clip gesteckt? Drei Wochen. Durchgehend. 24-7. Wann schläfst du? Unterschiedlich. Wo schläfst du heute? Im Hotel. Hast du schon mal mit einem Fan geschlafen? Nein. Würdest du gern mal mit einem Fan schlafen? Nein. Ja, nein. Deine Freundin und du, ihr habt einen Bodyguard? Nein. Wenn du dich jetzt an einen anderen Ort beamen könntest, dann wohin? Amerika. Danke. Bitte schön. Das war's. Ganz schön schmutzig. Danke. 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 Danke.